Ja, Grüß und Willkommen Wumoshis, hier beim neuen VR-Mod-Video. Wie ihr seht, ist Portal 2 jetzt in VR spielbar mit einer VR-Mod, die auf der Left 4 Dead 2 VR-Mod basiert. Das Ganze ist noch eine frühe Version, aber schon von Anfang bis Ende komplett spielbar. Ihr müsst aber noch damit rechnen, dass es ein paar kleine Bugs gibt und nicht alles 100%ig funktioniert. Und wie immer werde ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr die ganze Mod installiert und wie sich das Ganze spielt. Bis gleich! Wie immer braucht ihr als allererstes das Spiel Portal 2. Das ist immer wieder im Sale bei Steam. Auch jetzt bis zum 19. September ist es noch für 1 Euro zu haben. Also da könnt ihr definitiv sofort zuschlagen. Werdet ihr nicht bereuen, weil die Mod wird ja nur noch besser statt schlechter. Wenn ihr die Mod installiert habt, müsst ihr einmal auf Eigenschaften gehen und wie immer den Kinomodus ausmachen. Und ihr müsst diese Zeile auf der GitHub-Seite einmal kopieren. Da kommt ihr hin, wenn ihr runter geht und dann hier unter Startoption einfügen. Dann habt ihr das schon mal soweit auf Steam vorbereitet. Und da ich von der GitHub-Seite geredet habe, hier ist sie. Ihr könnt wie immer unter Releases die aktuellste Version runterladen. Stand jetzt 0.1.1. Ladet dann die Portal 2 VR.zip runter, wo ihr hin möchtet. Entpackt das Ganze. Dann habt ihr einmal diese drei Verzeichnisse. Die kopiert ihr. Fügt sie einfach in euer Hauptverzeichnis von Portal 2 ein mit Einfügen. Soweit müsst ihr eigentlich nichts mehr machen und könnt direkt das Spiel starten. Ihr könnt aber noch in einer Config-Datei ein paar Sachen ändern. Dann geht ihr in das VR-Verzeichnis auf config.text. Und dann könnt ihr noch einstellen, ob ihr mit Smooth-Turn, Snap-Turn spielen wollt, wie schnell ihr euch drehen wollt. Und für mich persönlich wichtig, ob ihr im Linkshänder-Modus oder Rechtshänder-Modus spielen wollt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die anderen Werte, ich sehe gerade, 6-Doff ist aus. Das habe ich noch gar nicht. Jetzt teste ich das mal mit an. Ich habe das vorher nur mit Off getestet. Ich teste das jetzt mal mit an. Das könnt ihr auf True stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sich das spielt. Hat Always Visible ist wahrscheinlich verständlich, ob man das hat immer sieht oder nicht. Aim-Mode muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass man Laser-Point hat oder so. Wie gesagt, ich weiß nicht, was jeder Wert exakt bedeutet, aber die wichtigsten sind erkennbar, was die machen. Wir speichern das Ganze jetzt mal. Und dann habt ihr die Mod fertig installiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Spiel. Und damit wären wir im Portal 2 in VR. Ihr könnt nicht ganz viele Optionen einstellen. Es gibt keine speziellen VR-Optionen. Ihr könnt natürlich aber eure Videoeinstellungen anpassen. Bei Weitere Grafikeinstellungen könnt ihr eure Details einstellen, was ihr möchtet. Anti-Lasic, anisotropisches Filtering, Details etc. Und das ist jetzt das Problem, was ich jetzt habe. Wenn ihr das eingestellt habt, ihr kommt nicht mehr zurück. Ihr müsst dann einmal zum Desktop latschen und das dann machen. Irgendwie funktionieren die Tasten nicht. Ich habe sie zwar eingestellt, aber ist funkt. Und da ihr auch nicht viel weiter machen könnt in den Einstellungen, gehen wir einfach direkt ins Spiel. Also mitten ins Spiel. Ich habe schon einen Teil reingezockt, damals im Flat. Und wir werden das jetzt in VR mal weiterführen. Ich will ja auch wissen, wie jetzt diese 6-Doff-Einstellung ist. So, man sieht, dass ich jetzt so hoch bin. Dann drücken wir einfach den Thumbstick rein. Und kalibrieren uns einmal neu. Ja, das spielt sich schon viel besser als vorher. Vorher hatte ich wirklich ein 3-Doff gespielt. Beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ja, ja. Das fühlte sich da schon sehr weird an. Ich hatte die Option gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich habe das jetzt als Linkshänder-Modus. Aim 2 wird dann halt, denke ich mal, der Laserpointer sein. Die Tastenbelegung könnt ihr in den SteamVR-Controller-Settings anschauen. Ich glaube nicht, dass der auf der GitHub-Seite 1 hatte. Ihr könnt die auch wieder individuell anpassen, wie ihr möchtet. Zum Beispiel Primary Attack war vorher rechts auf dem Trigger, ist jetzt links. Man muss sich ein bisschen da reinfuchsen. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man den Dreh auch raus. Deswegen habe ich auch so ein paar Sachen für mich angepasst. Zum Beispiel die zweite Funktion des Portals war auf Grip. Das ist bei den Index-Controllern bestimmt super optimal. Das habe ich dann jetzt hier bei mir aufs Trackpad gelegt. Und so könnt ihr dann die Sachen individuell anpassen, wie ihr möchtet. Ist ein bisschen vorbeleihe, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann geht es. Dann könnt ihr jetzt hier halt primär, sekundär habe ich da jetzt. Und dann, ja. Schauen wir mal, ne? Und, ja gut, das Spiel ist schon älter, aber das ist wirklich knacke scharf. Boah, das ist nicht irgendwie blurry oder hässlich. Das sieht echt richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Ein Würfelchen, Würfelchen, Würfel, Würfel. Ja, den kann man auch wirklich jetzt hier frei in VR. Also, ganz natürlich. Ich habe schon aus, weiß ja, aus, wie man es kennt, einfach gemacht. Und ich habe die Würfel kaputt gemacht. Okay. Das war nicht richtig. Ich weiß nämlich, dass ich den irgendwie auf ihn hier, oh, ich habe das Smooth Turn zu schnell gestellt, ihn auf ihn bringen muss. Oh, ich hätte nicht gewusst. Ja, und wenn man durchs Portal geht, dann löst er die Portale aus. Also, wenn man durch die Schranke geht, geht das. Oh, ich bin sofort so richtig Hardbrain-AfK, ne? Ja, das ist ein bisschen fummelig in VR. So. Ja, cool. Das ist ja gut. Das sind aber auch richtig, 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 richtig schön geschmeidige... Ich habe schon bis Raum 9 gespielt, wusste ich gar nicht. Jetzt ist es ewig her, wo ich jetzt mal gespielt habe. Aber, äh, Portal war nie so wirklich mein Spiel. Persönlich konnte ich auch noch nie wirklich ganz den Hype da drum verstehen. Mag ja Puzzle-Spiel, aber wie gesagt, das war irgendwie nie meins. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst du es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Hm, die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Das ist auch eins der wenigen Spiele, wo ich sagen muss, dass die deutsche Synchro wirklich absolut geil ist. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er... Du hast nur die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Ah, geil. Jetzt. Ah, fuck, jetzt kann ich nicht mehr mit ihm. Ah, ja. Äh. Ich muss aber erst mal gucken, wo ich... Da hinten. Ah. Hui. Ja, und... Mir wird da nicht schlecht von. Also, das ist das nächste. Also, das ist... Es läuft echt super fluffig. Kann ich so weit springen? Nein. Oh, ich hab mir so nicht zentriert. Das wollte ich nicht. Ah, das war ja sehr unspektakulär. Ich muss ja von irgendwo höher runterkommen. Da ist ein Knöpchen. Warte mal. Was ist das hier? Ach so. Ja, aber das hilft mir jetzt ja gerade auch nicht viel weiter. Ah, nee, ne? Ich muss hoch. Dann. Das bringt mir auch nicht viel weiter, oder? Doch, tut's. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf, doch. Wee, cool. So. Oh, scheiße. Wie komm ich denn jetzt? Das ist auch nicht verkehrt. Nein, nein. Ich muss erst... Ja, ich muss erst da hin. Ja, ja, ja. Ja, auf ein neues. Oh, Mann. Ich drück immer... Ich drück immer Thumbstick runter für Laufen. Aber es gibt kein Laufen. Das ist quasi... Das ist das Tempo, was man hat. Soweit ich das weiß. So, jetzt. So, jetzt muss ich die Kiste haben. Und dann kann ich mit dem... Portal von da zu anderen Seiten... Ja, 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 ja. Das ist der Plan. Aber ich muss... Da ja jetzt... Da ja jetzt... Hoch. Das kann ich ja aber ja nicht, wenn... Ich hier... Portal habe und... Das ist bestimmt voll einfach. Aber ich bin halt wieder zu doof dafür. Deswegen werde ich jetzt hier auch aufhören. Weil ich... Ich komplett... Brain-Afk bin. Und noch ein bisschen Kassel in den Knochen. Er spielt sich auf jeden Fall super in VR. Ohne Probleme. Wirklich absolut ohne Probleme. In Sechsdorf. Es sieht knackescharf aus. Das Spiel an sich sieht gut aus. Dank Source 2 Engine. Selbst wenn die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Vorhin schon gesagt. Bis 19. September kostet das Spiel noch einen Euro. Schlagt zu. Wenn ihr einen absolut geilen Puzzler haben wollt. Der jetzt nicht persönlich mein Geschmack ist. Aber halt... Ich weiß, dass es ein absolut geiler Puzzler ist. Dann... Testet es. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Und das ist noch gerade eine frühe Version. Der wird dann noch weiter patchen. Zum Beispiel... Den Knopf oben. Oder Bedienelemente. Die waren... Ging vorher noch in der ersten Version. Das hat der direkt gefixt. Ein paar Stunden später. Tag später war Update raus. Und dann konntest du jetzt mit interagieren. Ja. Klare Empfehlung von mir. Definitiv. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.